willkommen zur nächsten hand der woche wir starten auch direkt los wie immer und zwar sind wir heute oder haben wir heute eine hand von mir selbst mal wieder aus dem bounty hunter steep stack turbo 85 dollar 50 auf gg und wir sitzen under the gun plus 1 und under the gun race in diesem fall wir werden wie immer jetzt die hand kurz einmal durchklicken und dann zum strategie part übergehen genau wir haben uns hier entschieden 25 big blind detective hier das race zu fallen und die anderen haben alle gefordert wie man sieht wir spulen das etwas vor er hat zu uns gecheckt wir haben uns für eine dritte pot bett entschieden er call diese dritte pot bett checkt wieder zu uns am turn kommt der zweite flashturm im endeffekt an wir entscheiden uns für eine bett die etwas größer ist als halben pot um eben auch mit unseren richtig starken value händen wo vielleicht dann nicht river check back spielen auf jeden fall river dann noch mal entspannt knapp halben pot jam können und eben da praktisch da balance sind zwischen unseren bluffs und auch unserer value wie gesagt strategie part kommt erst gleich und jetzt kommen wir eben zu der situation warum ich die hand so interessant finde er jammed ist uns hier rein auf dem board so wir haben lange überlegt haben dann callt er hat uns als vier two pair am turn gezeigt wir haben leider nicht getroffen und diese hand verloren gut kommen wir direkt zum strategischen aspekt und zwar fängt diese hand eben eigentlich schon vor dem flop an zumindest was die strategie angeht die wir uns im gta wizard anschauen können ich dachte hier eigentlich dass ace queen off ein ganz klarer call ist weil wenn wir hier drei betten werden wir kaum von schlechterem gecallt oder wenn wir hier jammen man könnte noch argumentieren okay wir befinden uns in dem bounty turnier das problem problem hier schon oder das erste problem hier schon ist dass wir praktisch in gta wizard nicht wirklich hierfür für den speziellen spot jetzt bounty turnier ranges haben und uns natürlich chip ev ranges anschauen müssen allerdings auch da schon ist es sehr sehr interessant wenn wir 25 big blinds effektiv sind nämlich spielen wir im endeffekt als under the gun plus eins wenn andere gar nicht eine drei bett jam oder fold strategie only das heißt wir haben praktisch keine flat calls mit dem part unserer range den wir hier überhaupt noch haben sollten wir sehen wir sind natürlich generell super tight wir flatten us und us gar nicht mehr sondern folgen es einfach direkt selbst us us bube off suit ist ein fold und king queen off hier als die untere grenze noch schmeißen wir einfach weg und selbst pocket achter gehen hier einfach in den mark da ist im endeffekt schon der erste fehler deswegen ist es natürlich super schwer wir können jetzt nicht flat call eingeben deswegen müssen wir die hand leider oder die strategie den strategischen aspekt etwas anders betrachten nämlich mit 30 big blinds weil wir hier sehen haben wir hier natürlich jetzt eine größere frequenz hier ist jack off kommt mit rein us 9 suited kommt mit rein und auch a screen offsuit was wir immer noch zu hoher oder mit hoher frequenz drei betten flat callen wir jetzt hier aber zu 30 prozent deswegen müssen wir eigentlich den spot nehmen sonst können wir hier überhaupt nicht strategisch irgendwas nachschauen ein weiterer interessanter punkt ist definitiv wenn man jetzt noch mal das mit 25 big blinds anschaut ist wir benutzen hier ein relativ hohes drei betten würde ich sagen oder genau das dreifache eben von seinem open race oder nicht exaktes dreifache aber fast exaktes dreifache wie sich das verändern würde wenn wir jetzt das zum beispiel oder man könnte es definitiv in holding resource calculator eingeben und da noch mal ein bisschen exakter darauf eingehen das habe ich aber ja schon bei den anderen händen gesagt wir wollen hier nicht zu präzise auf die hände eingehen das ist auch für mich zeitlich einfach zu schwierig weil sonst eine hand noch länger dauern würde als sie eh schon immer dauert genau was ich sagen wollte ist da könnte man dann eben verschiedene drei bezeichnungs verwenden und das interessante daran wäre natürlich wie sich dann die strategie wieder verändert und ob dann sogar vielleicht flat calls mit rein kommen in die range wenn wir zum beispiel das bevorzugte drei bezeichnen dann fünf big blinds wäre oder fünfeinhalb statt 6,1 und dann eben dadurch dann auch vielleicht ein paar flats mit rein gemixt werden oder eine frequenz eben entsteht genau aber gehen wir zu 30 big blinds alle anderen folgen bis zum big blind und unser and the gun spieler wir haben nicht getreiben wir haben wir gecallt big blind foldet und unser and the gun spieler hat ne natürlich muss nicht mehr kommen wir flat callen und schauen uns die bordstruktur an as und sieben in karo und fünf in peak as sieben in karo und fünf in peak so jetzt sehen wir wie auch schon bei dem einer der hand der woche der vorigen wochen wir haben uns da auch schon mal angeschaut wir waren ein bisschen wir hatten ein bisschen mehr chips aber auch schon geguckt under the gun gegen under the gun plus eins und von da sollten wir eigentlich auch wieder wissen dass wir hier auf den ace high board strukturen unfassbar viel checken sollten als open racer da wie wir auch preflop gesehen haben beide ranges super tight sind aber sogar die range des under the gun plus eins spielers noch mal um einiges tighter ist das hat dieser kerl sogar gut erkannt und gemacht der ist mir glaube auch bekannt wahrscheinlich ein rack oder so also spielt auf gutem niveau kennt dann die ranges und wir wissen auch noch vom letzten mal dass wir auch eigentlich sehr viel zurück checken sollten allerdings hier ace queen offsuit eine der hände die stark genug ist um auf jeden fall mit ca 50 prozentiger frequenz hier zu betten die sizings die wir benutzen sehen wir ist sogar eher super klein also eher nur 25 prozent oder 20 prozent pot ist das hier und dann haben wir aber auch noch eine frequenz zwischen 18 und das haben wir hier einundzwanzig prozent wo wir das ein drittel sizing wählen was ich hier in dieser situation auch gewählt habe das geben wir jetzt mal ein und dann sehen wir hier okay er folgt natürlich den ganzen part der hier verfehlt nämlich die ganzen suited broadways außer natürlich karo in der situation weil karo natürlich ein flash draw wäre und natürlich jedes asc called und die meisten paare callen jack races haben wir hier als bluff einen könig sieben weil wir damit eben to pair blocken und sets die value hände sind hier siebener als könig als sieben mit einer frequenz und als fünf also die ganzen two pair und natürlich fünfer die wir hier für value check racing ein weiterer bluff mit frequenz sind auch noch pocket 4 weil wir damit eben an der de gun die ganzen folge die wir noch haben könnten nicht blocken würden also keine broadways oder ich flette hier auch noch könig dame in kreuz rein wie man vorher gesehen hat und da gibt es eben paar hände die bette ich dann er können check vierer check racing und ich würde die folgen und sonst würde zum beispiel eben wenn er die vierer nicht check racing würde würde er vielleicht einmal call wenn man könnte ja sagen oh mein gott aber was heißt so mein gott aber er hatte die beste hand mit vierern gut aber ich würde ihn am turn praktisch immer noch mal betten mit meinen bluffs und ihn dann die vierer raus holen lassen das heißt im endeffekt dass es keine line die man hier mit vierern wählen sollte wie man auch sieht frequenz holt mal ein bisschen call ist trotzdem dabei stimmt eigentlich sind aber natürlich wie gesagt auch noch mal fünf big blinds deeper jetzt hier in diesem theoretischen szenario aber eben auch das check race funktioniert sehr gut als bluff gut wir haben gewählt gesetzt er hat bezahlt sagt sagt gecallt und als nächstes kam eben die peak vier so wir gucken eben jetzt noch mal genau rein was ist denn noch übrig seiner range das ist auch immer wichtig dass er praktisch richtig raus filtert und auch das hier richtig anschaut da ihr das dann auch in game lernt die dinge richtig raus zu filtern ich sehe ganz oft dass ihr in discord hände postet und das dann passiert dass ihr dann am river dem gegner noch hände in die range gibt die gar keinen sinn mehr machen dass der gegner sie hat weil er sie ja davor auf für früheren streets am flop oder am turn einfach immer folgen sollte oder zumindest auch folgen würde genau also wir sehen natürlich wir haben hier die ganzen flash draws noch wir haben keine backdoor flash draws das ist auch wichtig zu verstehen peak folded hier pure man könnte sagen okay in game vielleicht callen die leute ein bisschen zu viel peak weil sie den backdoor flash draw irgendwie sich da drin verlieben wenn sie da königdame in peak haben aber wirklich in theorie sollten nur die frontdoor flash draws also nur karo flash draws callen immer noch jedes ass hier sieht man ein bisschen king queen offshoot mit karo weil wir eben den flash door vielleicht aufpicken könnten wo wir dann turn lieben und ein paar geile river bluffs haben aber die meisten kombinationen sind natürlich asics paare und flash draws gut an den gun 100 prozent check wieder in dem szenario und wie wir hier sehen sollten wir als dame eigentlich so gut wie nicht so gut wie immer sondern mit ja eigentlich auch wieder ausgeglichener frequenz hier weiter betten sogar 50 50 manche kombinationen mehr manche weniger zum beispiel wir sehen hier das ist auch vielleicht wichtig darauf zu achten und zu verstehen warum jetzt gerade hier ass in herz und die kreuz dame hier praktisch fast 100 prozent bettet und nicht behind checkt das liegt ganz einfach daran da wenn ihr richtig gesehen habt vielleicht habt ihr schon gemerkt wir blocken mit as dame herz und karo keinen der beiden flash draw wir haben kein kreuz wir haben kein peak und kein karo womit der gegner dadurch einfach noch mehr flash draws hat wir sehen auch wieder andersrum wenn wir hier zum beispiel die karo dame haben oder eben peak ass oder eben peak dame funktioniert genauso ungefähr von der strategie her dann wollen wir circa 50 prozent auch behind checken sehen hier oder das seht ihr jetzt nicht das kann ich kurz hoch schieben ass in kreuz und dame in herz also genauso auch eine hand wo wir nichts mit blocken ist eben auch 100 prozent bett kann man sozusagen sagen okay gehen wir weiter und zwar wir sehen hier nochmal wir gucken nochmal an welche kombo wir hatten wir haben natürlich eine der sogar ungünstigeren kombos nämlich wir haben die karo damen blocken hier seine flash draws aber trotzdem haben wir gesehen dass wir mit der karo dame hier ausrechend herz ass genau das genau die kombo herz ass karo dame ausreichend betten können nämlich 72 prozent mit genau eigentlich fast dem sizing was ich verwendet habe etwas mehr als halben pot in dem fall ist es glaube ich 55 prozent so 6,1 wählen wir und jetzt sehen wir auch direkt dass der gegner sogar seine seine strategie perfekt gespielt hat er sollte hier nämlich ass 4 ass 5 zu 100 prozent all in gehen jetzt in dem fall ass könig auch wenn das davor nicht schon geraced hat und ass 7 also das beste to pair auch mit sehr sehr hoher frequenz nur in peak sollte er nicht hier all in gehen weil das einfach zu stark ist weil er noch den flash draw sogar dazu hat aber eben die herz kombination und die kreuz kombination sehen wir hier sollten einfach all in gehen moment kreuz seht ihr gar nicht so hier kreuz ist auch 100 prozent all in wie ihr gesehen habt weil eben die ganzen flash draws die ich eben habe dann callen muss und gegen die wir das eben einfach rein kriegen das problem ist jetzt eben in game in dieser situation und eigentlich wie man auch im solver sehen kann und warum ich diese hand so super eklig finde im endeffekt ist weil ich habe da auch live im stream war das habe ich auch direkt gesagt er hat hier immer two pair weil es ist halt super oft so dass die flash draws schon davor raisen die flash draws sogar auch nur jack hall spielen oder in dem szenario sogar das problem ist dass wir die meisten flash draws mit der dame in karo einfach blocken wir blocken queen ten in karo dame bube in karo wir blocken king queen in karo das sind halt super viele flash kombinationen die wir schon blocken einfach das heißt es ist halt einfach ultra wahrscheinlich dass er hier praktisch immer two pair oder ein set hat gegen den set sind wir super beschissen dran da hat er aber eigentlich in theorie nur noch vierer und siebener mit einer kleinen frequenz weil er fünfer auch oft schon checkraisen sollte am flop ich denke trotzdem dass die leute fünfer hier nicht immer checkraisen und das auch noch definitiv mit drin ist das heißt es sieht halt mit unserer hand super super beschissen aus und selbst gegen den as vier haben wir halt nur noch jede dame jede fünf und jede sieben und das ist am turn halt auch nicht mehr ganz so viel und jetzt spielen wir das eben mal genauso durch oder wir gucken uns mal eben noch grob an okay was hat er denn zumindest in theorie noch für bluffs okay wirkliche bluffs hat er nicht mehr denn er hat hier 9 10 in karo also den flash draw er hat pocket 6er das ist ein open ender okay das das ist vielleicht noch die schlechteste hand weil er da am wenigsten outs hat und ja das andere ist auch könnte ich 10 in karo könnte ich 9 in karo mit frequenz könig 6 natürlich in karo open ended plus flash draw und natürlich auch könig sie oder könig sieben ist mit kleiner frequenz der allerletzte fast pure bluff weil er damit einfach two pair blockt und wahrscheinlich sogar manchmal noch gegen meine flash draws rein bekommt und sogar vorne ist was natürlich absolut klingt aber wie gesagt mini mini frequenz die hier noch übrig ist wie ihr sehen könnt und es ist super interessant and the gun jammed hier und das ist jetzt eben sehr interessant und das deswegen wollte ich mir das auch genau anschauen wir haben hier calls aber auch pure folds und das super interessante ist welche kombinationen wir jetzt genau callen und folgen wenn der solver will jetzt hier zum beispiel ass in herz und karo dame callen obwohl wir eben damit die flash draws blocken und will jetzt aber natürlich dann auch ass in herz und kreuz dame callen super interessant dass er jetzt ass in peak und und die kreuz dame folgen will und das ass in peak und die karo dame 100 prozent folgen will ich weiß auch ehrlich gesagt nicht wie zuverslässig das hier ist das ist auch die erste hand wo ihr merkt deswegen habe ich sie aber auch genommen weil ich ja auch gesagt habe ich möchte da auch selbst besser werden wo ich wirklich etwas ratlos bin in der situation zumindest was die solver strategie angeht wie ihr hier seht das problem ist natürlich auch dass die frequenz dass genau diese line so gespielt wird halt jetzt schon super super gering ist weil wir haben preflop einige drei betts und nicht mehr viele flat calls wir haben am flop schon eine checkback frequenz und nicht 100 prozent bett wir haben am turn dann checkback frequenz das heißt das wird immer immer niedriger das oder immer immer kleiner dass hier überhaupt noch eine frequenz von ass dame offsuit übrig ist und genau deswegen auch hier schreibt gerne mal eure meinung zu dieser hand in die kommentare was ihr machen würdet denn was ich zum beispiel noch nicht gemacht habe ist mir eigentlich hier mal die potos auszurechnen denn ich muss hier 15.000 nachbezahlen um wir müssen das ein bisschen runter rechnen der hat mehr geraced als wir haben er ist hier praktisch 21.500 all in das heißt zusammen sind wir dann bei 32.500 plus noch die sechseinhalb das heißt wir sind bei 38.000 und wir müssen praktisch 15.000 in 38.000 rein bezahlen dann müssen wir unsere 15.000 nach oben drauf rechnen dann sind wir am ende bei 15.000 um 53.000 zu gewinnen und das ist bisschen weniger als 4 zu 1 das heißt wir brauchen ungefähr 20 bis 25 prozent wenn ich mich gerade nicht irre schreibt gerne in die kommentare wenn die rechnung falsch war und jetzt ist dann wieder die frage okay wir haben nehmen wir an er hat das problem ist halt nur wenn er als vier hat haben wir drei aus auf die fünf drei auf die sieben wenn er als fünf hat haben wir schon nur noch drei siebener als outs und drei damals outs das heißt nur noch sechs aus wir nehmen mal das beispiel als vier das wären dann drei plus drei bis drei sind neun outs mal zwei gerechnet weil das ist ungefähr die daumen regel wenn wir am turn sind dann haben wir ungefähr mal zwei beigerechnet die outs an prozente noch das heißt neun mal zwei sind circa 18 dass wir haben in dem spot hier circa 18 prozent equity gegen sein als vier sein schlechtest du per gegen set sind wir tot gegen die wir besseren to pair laufen wir noch beschissen und haben noch weniger prozent nur zwölf oder sogar nur nur drei damen also nur sechs prozent und wenn wir das zusammenrechnen und sehen wir brauchen aber 20 bis 25 prozent equity haben aber im besten fall eigentlich nur 18 bis 20 prozent weil wir die ganzen flashtrauss blocken dann hätte ich hier einfach folgen sollen weil ich habe dann gedacht wo grob überschlagen ist natürlich wenn man echt spielt halt super tough das so schnell auszurechnen ihr habt gerade auch gesehen ich war relativ zügig aber trotzdem hat es einfach kurz gedauert bis ich das alles ausgerechnet hatte in meinem kopf und habe dann eben gecallt und halt gegen eine dieser hände verloren im endeffekt auch ich denke dass das auch eben realistisch weil wie man sieht er hat hier praktisch keine bluffs mehr und auch praktisch so gut wie keine flashtrauss mehr die er hier jammen sollte und ich denke in diesem szenario macht das diese hand einfach zu einem fold da eben einfach keine schlechten hände hat und wir einfach super weit hinten sind definitiv würde ich im nachhinein auch auf einem double flush draw board wo wir den front door flush draw blocken die line besser finden am flop oder am turn zum beispiel schon gecheckt zu haben um einfach ein bisschen pot control zu spielen weil eben wenn wir hier auf dem bord betten und er jammt wir nie vorne sind und immer einen scheiß spot haben und genau deswegen finde ich zum beispiel turn check back oder flop check back schon schon viel viel besser in der line aber wie gesagt sehr unangenehme hand auch für mich in der situation ich werde es nächstes mal wenn ich es genauso spiele auf jeden fall am turn folden oder oder natürlich im besten fall ich hoffe ich denke dran nächstes mal dann am flop oder am turn behind checken schreibt mir gerne dazu eure meinung in die kommentare es interessiert mich wirklich extrem in dieser hand was wäre eure bevorzugte line flop check turn check wie findet ihr auch das preflop szenario vielleicht habt ihr zeit den spot genau zu sorgen im hrc gerade was die unterschiedlichen drei bezisings preflop angeht dann schreibt gerne in die kommentare was das ergebnis war und in diesem sinne bis zur nächsten hand der woche und vergesst nicht eure hände im disco zu posten ciao bis zur nächsten hand so 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 so